Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Thema, Selbstverteidigung. Für Frauen wichtig, damit Frauen eben nicht zu Opfern werden. Besonders wichtig dabei auch die Psyche. Frauen, die Selbstbewusstsein ausstrahlen, werden nicht so häufig Opfer von Gewalttaten. Es gibt ein paar einfache Tricks und Kniffe, die ihnen sehr gut diese Sicherheit geben können, damit sie sich im Fall des Falles auch wirklich wehren können. Situationen wie diese machen den meisten Frauen Angst. Wer sich nicht wehren kann, der wird schnell zu einem potenziellen Opfer, mit dem der Täter leichtes Spiel hat. Grund genug für Nina, zu lernen, sich zu wehren. Ich habe mich vorher ein bisschen erkundigt, was eine effektive Selbstverteidigungsart ist. Und da ich nicht Kampfsport machen möchte, sondern wirklich effektive Selbstverteidigung, Kampfkunst, habe ich mich schon interessiert. Bei Wing Chun, kurz WT genannt, geht es in erster Linie um Selbstverteidigung durch Schnelligkeit und Technik. Wettkämpfe und Turniere gibt es nicht. Geübt wird in gemischten Kursen. Anders als bei Kursen nur für Frauen sind die Trainingsgegner hier Männer. Ein wichtiger Aspekt, findet Bundestrainer Tommy Böhlich. Die Frauen generell, die haben zum Beispiel ein Problem damit, wenn sie jetzt einen Trainingspartner haben, der männlich ist. Ich bin der Meinung, dass das unheimlich wichtig ist, weil es selten auf der Straße vorkommt, dass Frauen von Frauen angegriffen werden. Das ist halt leider meistens der Mann, von dem die Aggression ausgeht. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, ist die Grundregel beim Wing Chun die Kampfvermeidung. Erst wenn es dazu zu spät ist, werden die gelernten Taktiken eingesetzt. Aus diesem Grund werden auch Angriffssituationen trainiert, in denen die Frau bereits in der Defensive ist, weil der Täter sie niedergerungen hat. Die Grundregel, den Täter auf Abstand und im Auge behalten. Da Männer körperlich überlegen sind, ist es wichtig, mit den Bewegungen des Angreifers mitzugehen, statt dagegen zu kämpfen. Etwa ein halbes Jahr dauert es bei zweimal Training in der Woche, bis man sich gegen die gängigen Angriffe erfolgreich verteidigen kann. Und das gibt den Teilnehmerinnen Sicherheit. Ich mache schon sehr lange WT und finde auch, dass ich viel selbstbewusster geworden bin, habe ein viel besseres Körpergefühl für mich. Ich habe schon mehrfach so tägliche Angriffe oder auch Übergriffe an meiner Person erlebt, wo ich schon das Gefühl für mich hatte, dass dieses regelmäßige Training und dieses Wachsamsein und auch eine Stressstabilität zu entwickeln, dass das mir im Alltag dann hilft. So hat man halt Sicherheit, dass man sich dann verteidigen kann, wenn was ist, wenn man kommt oder was weiß ich. Man lernt sich dagegen zu wehren, auch wenn der Gegner halt etwas größer oder stärker ist. Also dass man nicht dafür muskelbepackt sein muss, sondern dass man sich halt auch als tierliche Frau dagegen wehren kann. Mit der Gewissheit, sich in jeder Situation selbst verteidigen zu können, tritt Nina automatisch sicherer auf und beugt damit einem eventuellen Angriff vor. Ja, Wing Chun, wir wollen drüber sprechen mit Sabrina Völker und Tommy, den wir gerade schon kennengelernt haben. Beide Wing Chun-Experten. Grüße euch. Hallöchen. Jetzt wollen wir uns noch mal ein paar bestimmte Griffe und bestimmte Situationen gemeinsam angucken, in denen Frau sich durchsetzen kann. Und selbst Sabrina, Frauen wie du haben gegen große Männer eine Chance, ne? Genau, es ist eben so, dass ich sowohl als kleine zählliche Frau auch gegen große, starke Männer eine Chance haben soll. Dadurch, dass ich eben nicht mit Kraft gegen Kraft gehe, sondern eben sogar die Kraft meines Gegners gegen ihn ausnutze. Wie das genau aussieht, können wir uns gemeinsam mal angucken. Vielleicht als erstes der Angriff von vorne, das ist ja immer so die klassische Variante. Jemand kommt auf dich zu, Sabrina, und dann? Genau, gehen wir mal die Situation durch, dass der Angreifer jetzt ihre Arme greift. In dieser Situation lenkt sie die Kraft an sich vorbei, immobilisiert die Arme des Angreifers und zieht ihn quasi in den Faustschluss rein, der direkt zum Kehlkopf zum Beispiel geschlagen wird und beendet das Ganze mit Kettentechniken. Das heißt direkt zum Kehlkopf, weil der Kehlkopf so eine wichtige Stelle ist? Genau, also es immobilisiert eben den Gegner, damit er eben gar nicht erst dazu in der Lage ist, noch einen zweiten Angriff zu geben. Wollen wir uns das noch einmal angucken. Die Kraft ablenken, man muss sich ja das schon ein bisschen genauer anschauen. Und jetzt in der Situation kommst du da nicht mehr raus. Richtig, also ich habe jetzt hier das Problem, dass ich durch ihren Ellbogen eingeklemmt bin. Und sie nutzt jetzt hier wieder eine Hebelwirkung, drückt quasi ihr Handgelenk durch meinen Daumen raus und ist dadurch dann frei und in der Lage jetzt wieder anzugreifen. Und dadurch, dass sie zum Kehlkopf haut, ist halt auch gewährleistet, dass der Kampf hoffentlich dann für sie zu Ende ist. Das sind dann immer so Kettenfauststöße, nennt ihr das. Genau. Warum Kette? Weil eben es ist nicht nur ein Fauststoß, sondern es ist eben eine ganze Kette von Angriffen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Fauststoß geben würde hier, dann treffe ich vielleicht nicht richtig und er ist dazu in der Lage, noch einen zweiten Angriff zu geben. Und dadurch, dass ich eben in die Kette reingehe, hat er gar nicht die Möglichkeit dafür. Das hält mich davon ab. Aber das ist schon ein bisschen unfair, oder? Dann voll auf den Kehlkopf. Das ist das Problem. Wenn wir von einer Notwehrsituation sprechen oder einer Selbstverteidigungssituation sprechen, hat sie als körperlich Unterlegene halt keine andere Chance, als wirklich unfair zu sein, wenn er jetzt wirklich so ein Kaventsmann auf sie zukommt. Jetzt haben wir von vorne gesehen, da sieht man den Kaventsmann, der da kommt. Von hinten natürlich nicht. Was machen wir, wenn der von hinten kommt und plötzlich einen an der Gürgel hat? Gehen wir mal die Situation durch. Der Angreifer kommt vielleicht von hinten und möchte jetzt hier wirken. In der Situation nimmt sie die Hüfte zur Seite und fängt direkt an mit Schlägen zum Unterleib und zum Solaplexus. Nimmt einen Schritt dahinter ein und setzt wieder einen Hebel am Kopf an, der ist nicht mehr in der Lage, sie zu greifen. Aber sie kann jederzeit Fauststöße zum Kehlkopf oder halt zum Unterleib annehmen. Also das sind die wichtigen Stellen, ne? Kehlkopf oder da, wo es ganz besonders wehtut. Lass uns das nochmal gemeinsam angucken, weil jetzt hat man die entscheidende Position zu Hause gerade nicht gesehen. Mach es einfach mal ganz flott erst. Machen wir es mal ganz flott, genau. Zack, zack, zack und dann, ups. Ups, ist der nicht mit? Der lichterarme Mann. Da hat er einfach keine Chance mehr, ne? Richtig. Durch den Hebel habe ich ja auch nicht die Möglichkeit, sie noch mehr zu schlagen und sie reißt halt am Kopf so weit nach hinten, dass ich auch nicht mehr in der Lage bin, stehen zu bleiben. Und sie kann das halt für sich wunderbar ausnutzen. Wingswung ist ja eine Technik, die Frauen sogar entwickelt haben vor ein paar hundert Jahren, oder? Wie lange ist das her? Genau, es ist ungefähr 300 Jahre alt, das System, ist von Frauen entwickelt worden. Genau das macht es eben aus, dass es eben vom schwächeren Geschlecht entwickelt worden ist. Und eine entscheidende Stelle, habe ich vorhin schon in der Maske gehört, ist auch das Knie, ne? Wenn du ans Knie gehst, dann kann der andere quasi am Ende nicht mehr aufstehen. Ja, es ist auf jeden Fall gewährleistet, dass er nicht mehr hinter einem herkommt, ne? Sagen wir mal, ja, nimm mal die Situation, dass ich den Arm greife als Angreifer. In dieser Situation verdreht sie mir den Arm so, dass ich nicht mehr in der Lage bin, hier richtig festzuhalten oder Druck auszuüben. Und bringt zur gleichen Zeit einen Tritt im Knie an. Und beendet das Ganze halt wieder ähnlich. Wenn der Tritt schnell getreten wird oder hart getreten wird, habe ich als Angreifer dann schlechte Karten. Wie bist du da jetzt aus dem Arm rausgekommen? Das ist ja auch wieder so eine Situation, wo der andere auf mich zukommt und ich versuche, die Kraft irgendwie ab und weg zu lenken, ne? Ja, es kommt darauf an, wo gegriffen wird. In der Situation habe ich jetzt am Handgelenk gegriffen. Dadurch hat sie das Ellbogengelenk eingesetzt, weil das Handgelenk ja unter Beschlag ist. Würde ich ein bisschen höher greifen, würde mit der gleichen Technik starten, allerdings aus dem Handgelenk kommen. Also wir nehmen immer das Gelenk, was gerade nicht unter Druck ist, sage ich jetzt mal, ne? So, und dadurch bin ich dann halt in der Situation, dass ich hier total verdreht stehe. Und für mich ist es unheimlich schwer, jetzt von hier noch irgendwas zu machen. Das sei denn, ich löse meinen Griff, aber das will ich ja nicht. Ich will sie ja ranziehen. Und in der Sekunde habe ich halt auch schon das Problem, das in mich tritt. Aber da muss man ja auch sozusagen die Skrupel beiseite legen, wenn man dann als Frau in so einer Situation ist und sagen, gut, jetzt trete ich einfach mal aufs Knie, ne? Genau, also ich habe nur eine Chance, wenn ich unfair bin, weil ich eben nicht stark bin und nicht besonders groß bin. Und mein Gegner ja auch mit unfairen Mitteln kämpft. Habe ich nur eine Chance, wenn ich selber genauso unfair bin. Das haben wir im Film schon gehört, über einige Wochen, wenn man zweimal die Woche zum Training geht, dann bekommt man das ganz gut mit. Man muss ja dann auch diese Praxis erhalten, oder? Ja, richtig. Also man sollte es schon ungefähr ein halbes Jahr trainieren. Dann ist man aber auch in der Lage, sich gegen so ziemlich alles zu verteidigen, was halt gängig auf der Straße irgendwo ist. Ja. Hast du es denn jemals schon einsetzen müssen? Nein, zum Glück musste ich das noch nicht und hoffe natürlich auch, dass es überhaupt nicht dazu kommt. Eben durch auch das Selbstbewusstsein auftreten, dass es gar nicht erst zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt. Und erzählen wir es an dir, dass es auch für kleinere Menschen gut ist. Ist es auch für Kinder eine perfekte Gelegenheit, irgendwie sowas zu lernen, um dann nicht in so einer Situation zu landen? Ist eine wunderbare Sache. Also auf den Schulhöfen wird es leider immer aggressiver und man hört ja immer wieder durch die Presse, wo halt gerade was passiert ist mit Kindern. Der Markt ist leider da, sage ich immer gerne. Es ist also für Kinder eine wunderbare Art und Weise der Selbstverteidigung, weil wir, wie gesagt, ohne die eigene Kraft arbeiten. Damit hat das Kind halt auch die Möglichkeit, sich gegen Stärkeren zu behaupten. Und was macht ihr denn, wenn einer mit ganz viel Kraft und so sich, wenn ich sie jetzt so habe, kommt sie da überhaupt je wieder raus? Mach doch mal. Also jetzt würde ich einfach tief schlagen auf jeden Fall, dann wird der Griff schon lockerer und ich kann hier raus und direkt wieder mit meinen Kettenangriffen rein. Bitte nicht den Moderator umhauen. Vielen Dank für den Besuch und diese Tipps. Ich denke, das war eine schöne Anregung für all diejenigen, die in Zukunft ein bisschen selbstbewusster auftreten wollen und dann durch Wing Chun auch können.